Ja, hallo zu den schrägen News der KW 36. Sozusagen mal eine Kurzfassung der News heute. Was sind unsere Themen hier nach meinem Kurzurlaub? Es geht irgendwie um Greta, um Piech, um den Waldbrand und sonstige Sachen. Es geht um den Porsche Taycan, der wurde nämlich vorgestellt. Es geht um das E-Mobil-Treffen in Horb ab morgen. Und die IAA nächste Woche. Wie immer ist dies eine Dauerwerbesendung und ich weiß auch nicht, warum ich das hier mache. Aber ich mach's einfach. Jo, ich hab da ein paar Sachen zusammengeklebt aus der KW 35. Also diesmal wird's echt kürzer, die Sendung. Amazonas brennt, ja, der Amazonas brennt und wir ignorieren es. Wir E-Mobilisten übrigens auch. Verschiedenste Verbote wirken nicht, also vor Ort in Brasilien. Dann die EU will sämtliche Verträge aufkündigen, abkündigen. Oder zumindest mal die Regierung dort unter Druck setzen. Funktioniert aber alles auch nicht so richtig. Ja, eigentlich müsste man ein Drittel aufforsten und schon wäre alles geregelt. Haben die Schweizer Forscher ja ermittelt. Und wir machen genau das Gegenteil. Wir brennen ab. Gut. EnBW, eigentlich in Süddeutschland ansässig. Falsch geschrieben übrigens. Da ist n, muss klein sein. Hat 71 Windkraftanlagen fertiggestellt an der Nordsee. Okay. 609 Megawatt Gesamtleistung. Ja. An der Nordseeküste bzw. auf dem Meer auch, werden noch Windkraftanlagen neu gebaut. Hier bei uns ja auf dem Land eher weniger gerade. Interessant. Beim autonomen Fahren tun sich zwei zusammen, die gar nicht auf der Agenda stehen. Nämlich Toyota und Suzuki. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also Toyota kommt irgendwann. Sind glaube ich nicht auf der IAA. Carsharing ist doch nicht der Hit. Der Trend geht zum eigenen Fahrzeug. Interessant. Ich habe eher gedacht in die andere Richtung. Aber hier eine Umfrage, die das Gegenteil zeigt. Keine Ahnung warum. Interessant. Hier unten übrigens. Ich war ja im Urlaub und habe auch mal ein paar andere Zeitungen angeguckt. Ich sage ja immer, hier in meinem Techboten, da steht eigentlich was drin. Die Süddeutsche Zeitung hat sehr wenig Geschichten über Tesla. Aber hier mal etwas. Und Tesla Markus zitiert als Influencer, als Fan. Denn, was ist los mit Tesla, hat er ja auch ein Video veröffentlicht. Ist interviewt worden von der Süddeutschen Zeitung. Owe übrigens auch. Ja, selbst treue Kunden sind sauer auf Tesla. Ich hoffe, es wird besser. Ich habe gar nichts mehr davon gehört. Angeblich sind Leute gefeuert worden. Neuorganisationen sind im Gange. Und ich werde jetzt täglich angerufen von Tesla. Tesla Energy, weil ich mich da registriert habe. Ich muss jetzt irgendwann mal zurückrufen, weil die rufen immer in der Mittagszeit an, wo ich gerade gar keine Zeit habe. Wie sieht das eigentlich mit diesem Dieselskandal aus? Hat das auch irgendwelche positiven Aspekte? Ja, für Baden-Württemberg zum Beispiel. Da sind einige Millionen Strafgelder nämlich in die Kassen zurückgeflossen. Hier, rund 625 Millionen Euro sind zurückgeflossen ins den baden-württembergischen Haushalt. Und zwar von Bosch und Porsche. Porsche hat knapp 535 Millionen gezahlt und Bosch 90. Und dann insgesamt, das ist dann aber, ich weiß nicht, wo es angekommen ist, weil es in Braunschweig irgendwie zur Verhandlung kam, eine Milliarde gegen VW und Audi 800 Millionen. Ja, da weiß ich nicht, wo die hingeflossen sind. Die haben auf jeden Fall Baden-Württemberg bekommen. Boah, das einzig Positive. Bei mir auch was Positives. Ich habe jetzt endlich mal meinen 1-Mannekes-RFID-Token hier von 1-E-Mobil bekommen. 1-Energy in Sachsen, GmbH heißt das ja offiziell. Und wenn da Mannekes draufsteht, weiß ich auch nicht. Ja, im Moment noch 5 Euro pauschal für jeden Ladevorgang an den Ladesäulen, die hier unterstützt werden. Mal schauen, wie lange sie es durchhalten. Ist scheinbar schon in Ankündigung, dass es da demnächst noch andere Tarife gibt. Und wir jumpen ja von einem günstigen Tarif zum nächsten. Ja, beim letzten Mal ist der rausgeknullt worden durch die Sortieranlage. Das war eigentlich die Story. Greta Thunberg ist tatsächlich unterwegs. Das war die Zwischenmeldung. Und ist dann auch angekommen und ist dort mit ihrem Schild am Demonstrieren in New York. Demnächst ist ja dann dort in New York die Versammlung von der UN, glaube ich. Und dann muss sie noch nach Chile. Wie sie von New York nach Chile kommt, ist, glaube ich, noch unklar. Also emissionsfrei. Ja, viele sagen ihr auch nach. Das war auch in den großen Zeitungen, FAZ oder Frankfurter, die ich da im Urlaub mal so, die lagen da so rum gelesen habe. Große Vorwürfe, dass die Greta Thunberg eigentlich nur benutzt wird. Dass ihr Vater das meiste Geld auch einstreicht. Und noch irgendwelche Leute, die das im Hintergrund organisieren. Und auch hier unsere Fridays for Future Aktivistin in Deutschland wurde hart angegriffen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe den Eindruck, also in den Interviews zumindest, wenn man sie mal ein bisschen authentisch hört, hat sie durchaus eine eigene Meinung, ob sie da jetzt manipuliert ist. Naja, so Frontleute haben immer so ein bisschen den Flair dazu, irgendwann manipuliert zu wirken. Das neue Fairphone ist da. Fairphone 3, die dritte Generation, jetzt auch günstiger für 450 Euro. Sollte man sich mal angucken, das modulare Smartphone. Meine Tochter hätte das gern gekauft, weil die auch so ein bisschen auf dieser Welle schwimmt. Aber es war ja einfach zu teuer. Mal schauen jetzt. 450 hört sich besser an. Ich hätte das gern mal ausprobiert, ob das wirklich so blub, blub, ne. Ob man das wirklich austauschen kann. Okay. Also wir sind auf jeden Fall auf dem falschen Dampfer. Also die E-Autos sind überhaupt nicht die ökologischsten, sondern Erdgasautos. Ja, neue Studie des ADAC und dem glauben wir ja natürlich. Ja, warum ist das so? Weil der aktuelle Strommix den E-Autos zugrunde gelegt wurde und dann klappt das nicht. Die haben nämlich geschrieben, wenn die E-Autos zu 100% mit regenerativen Strom betrieben würden, werde die Bilanz wesentlich besser. Im Moment ist da scheinbar Erdgas eher die Wahl der Dinge. Erdgas ist gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also Erdgasautos sind gar nicht mehr so innen. Aber da haben wir durchaus eine Ladeinfrastruktur dafür sogar. Und auch, glaube ich, Vollladen in 5 Minuten ist da, glaube ich, auch möglich. Ja, ich hoffe nicht, dass diese Studien jetzt wieder hier verbreitet werden. Also die E-Tretroller, die E-Tretroller, die Dinger, die jetzt hier überall verbreitet werden. Ich habe ja auch in meinem Video hier über Stuttgart das gezeigt. Die sollen jetzt GPS-gesteuert eine Drosselung in Wohngebieten und Fußgängerbereichen haben. Das glaube ich nicht. Da wird ja immer komplizierter. Aber ist so eine Idee mal. Ähnliche Idee hatte ja auch schon BMW. Die wollten ihre Plug-in-Hybriden automatisch in der Innenstadt umschalten auf Elektroantrieb. Und wenn nichts mehr in Batterie, dann liegen bleiben. Nee, aber wäre auch eine Idee. Also das sind technische Maßnahmen, die kann man sich durchaus alle vorstellen. Sind aber absolut Hightech. Ja, Ferdinand Piech ist gestorben in der Woche, wo ich im Urlaub war. Die Macht war mit ihm, kann man ganz deutlich sagen. Das war ein Machtmensch. Ich habe euch unten mal verlinkt seinen Wikipedia-Eintrag. Ja, es ist der Mann der Spaltmaße übrigens. Habe ich gar nicht gewusst, dass der die Spaltmaße sozusagen zum ersten Mal thematisiert hat und drastisch reduziert hat. Und er war ja in diesem VW-Porsche-Konzern in sämtlichen Teilen da tätig als Manager, als Ingenieur, als Visionär. Und auf ihn läuft ja auch zurück diese Taycan-Geschichte, dass er mit dem Winterkorn in einem Model S saß, Tesla Model S, gefahren ist und dann gesagt hat, wieso haben wir sowas nicht und baut mir das. Ja, und der Porsche Taycan wurde ja auch vorgestellt. Komme ich später noch dazu. Ferdinand Piech, gestorben, er ist umstritten. Die Fahnen bei den VW-Werken wurden auf Halbmast gesetzt. Google hat jetzt eine Live-View. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Wer hat die schon mal ausprobiert und wie kriegt man die in Gang? Ich weiß gar nicht, was man machen muss, um die in Gang zu kriegen. Das ist eine Augmented Reality. Da soll man scheinbar das Kamera-Live-Bild einblenden können und gleichzeitig die Kartenansicht oder irgendwas oder die Navigationsansicht. Super cool. Also wie praktisch Einblendung in die Windschutzscheibe, so Head-Up-Display-mäßig, so wie man das schon mal in so verschiedensten Videos gesehen hat, so visionären Videos. Also wie kriege ich dieses Live-View von Google in Gang? Gibt es das wirklich schon? Ist das eine App? Was ist denn das? Wer weiß das? Coole Sache. Future Tech. Volkswagen zahlt den USA wohl weitere 87,6 Millionen Euro an Geschädigte und bei uns wird ja demnächst auch die Verfahren dann wohl mal stattfinden. Das ist ja in Deutschland wesentlich schwieriger. Mal schauen, ob da auch die Geschädigten tatsächlich ihre Autos zurückgeben dürfen oder irgendeine Art von Ersatz bekommen. Ausgleich, keine Ahnung. Ja, ich habe da sowieso Gerüchte gehört. Die hätten jetzt selbst die ausgelieferte, das habe ich bei Tesla World, glaube ich, gehört, ne? Selbst die ausgelieferte Software-Updates jetzt da, die jetzt im Dieselskandal ausgeliefert wurde, selbst die hat ja wieder Abschaltvorrichtungen drin. Also die würde nur in einem bestimmten Temperaturbereich funktionieren. Da habe ich gar keine Meldung dazu bekommen. Mir hat doch eine Zeitung gefehlt hier. Ja, ich habe auf jeden Fall in meinem Urlaub noch ein Video veröffentlicht. Falls ich nämlich hier irgendwie das Model 3 dann doch relativ schnell zurückgeben muss. Ich habe ja auch nur noch zwei Fahrmonate offiziell. Ja, 5 plus, 5 minus. Einfach mal so ein paar Sachen hier euch hingelegt und viele haben auch dem zugestimmt. Andere haben gesagt, die Minuspunkte sind aber lasch oder keine Ahnung. Ja, meine Meinung jetzt mal zum Model 3 und ich bin kritisch unterwegs. Guckt euch es an, wenn ihr mal meine Meinung zum Model 3 hören wollt. Mein Fazit nach sechs Monaten Fahrt. Falschparker sollen Punkte kriegen zukünftig. Und zwar, wenn sie an Ladesäulen parken. Ne, leider nicht. Das geht jetzt, wenn sie auf Fahrradwegen oder Gehwegen irgendwelche Leute blockieren. Aber es wäre natürlich schön, auch Punkte, wenn sie Punkte kriegen würden, wenn sie an Ladesäulen parken würden. Ja, und gar nicht laden. Auch Autos, E-Autos, die an Ladesäulen parken und nicht laden, sollten eigentlich auch Punkte kriegen. Mal schauen. Das ist an die Scheuer-Ideen. Es ist auf jeden Fall hier, komme ich gleich drauf, wir hätten eventuell etwas im Petto, falls der Trump uns nochmal mit Steuern kommt. Weil die Deutsche Bank hat scheinbar die Steuererklärung vom Donald Trump und könnte jetzt als einzige mal nachweisen, was der Kerle tatsächlich an Einnahmen hat. Und so weiter und so fort. Mal schauen, ob wir das irgendwie nutzen können. Schickt das auf jeden Fall mal weiter an Altmaier. Ja, okay, Huawei ist jetzt soweit, dass sie ein Google-Phone haben, nämlich das Mate 30. Am 19. September wird das vorgestellt, was scheinbar dann ohne Google-Dienste auskommt und deshalb dieses neue Betriebssystem dann wohl auch drauf hat, dessen Name mir gerade entfallen ist. Bin mal gespannt. Es kann nämlich durchaus nach hinten losgehen, so eine Aktion, Leute. Das ist ja auch so eine Trump-Aktion. Was wir jetzt hier selber machen bei uns, Karstadt verband die Plastiktüten, vermutlich Papiertüten wollen sie denn einfügen, führen. Ich weiß gar nicht, was sie als Ersatz einführen wollen. Hoffentlich sind die so stabil, dass sie nicht gleich alles rauskullert. So, und hier habe ich die schönen Zulassungszahlen, diesmal ein bisschen anders. E-Autos. München ist führend bei E-Autos in Deutschland 3.122 zum 1. Januar und dann gefolgt von Berlin 2.700 irgendwas, Hamburg 2.2 und dann kommt erst Stuttgart mit 1.5. Jo, wir sind abgeschlagen. Ich würde mal da noch ein paar neuere Zahlen da gerne sehen, weil Model 3 kam ja dann noch danach. Aber so sind mal die Größenordnungen und das hier drüben nochmal mit Ladesäulen. Ist auch München führend mit 945. Da habe ich keinen Stand, wann das war. Berlin kommt dann mit 933 und dann kommt erst Stuttgart, Düsseldorf und Leipzig. Deshalb wahrscheinlich auch die Aktion in Stuttgart, dass man nochmal neue Ladesäulen aufstellen will. Ich habe wieder ein Stuttgart-Video gemacht. Kommt gleich. Hier zeige ich euch gleich. Und da habe ich gesagt, ey Leute, Ladesäulen sind super, aber die müssen auch entweder zugänglich sein und nicht in schon teuren Parkplätzen dann noch teure Ladesäulen aufstellen und überhaupt mal ein bisschen darüber nachdenken, ob man nicht das in der Sinne auch fördern kann, dass man auch kostenlos laden kann irgendwo oder zumindest mal günstiger als die Tarife, die da jetzt normalerweise angeboten werden. Schnellladesäulen haben wir, glaube ich, ganz, ganz wenige in Stuttgart. Wir haben viele diese Typ 2 Langsamlader und dann teuer Tarif bezüglich ENBW und Co. Ich habe eigentlich in Stuttgart, bin ich mal auf dieser ominösen Busspur gefahren, die jetzt hier, das ist übrigens der Mann und Hummel wieder hier, die unsere, die Säulen hier, die auch filtern und dann hier die Messstation dazu. Und genau dort am Neckartor gibt es so eine Busspur, die man jetzt mit dem E-Auto, wo ist das Schild hier, auch befahren darf. Ist nicht arg lang und so und bringt auch wahrscheinlich wenig, aber okay, weil die Schnellbusspur, die da vorne irgendwo anfängt, die ist auf der anderen Seite, die darf man nicht mit dem E-Auto benutzen. Ja, aber immerhin, ja, wisst mal, eine Spur, die man da tatsächlich befahren darf in anderen Ländern, in anderen Städten, ist da das generell die Regel. Ja, und ich habe mich ein bisschen über Stuttgart ausgelassen, habe euch mal auch den aktuellen Stand gezeigt, dort in Stuttgart so ein bisschen, wie man, was man für ein Feeling hat, was da, also Lärm, Geruch kann ich nicht rüberbringen, aber Lärm und wie das so aussieht, ja, damit ihr mal einen Eindruck habt, wie das bei uns so ist und auch Baustellen, Baustellen ohne Ende. Okay, deshalb, man ist jetzt nochmal ganz stark dran, Union zumindest, CDU, CSU, sich eine CO2-Bepreisung zu überlegen. Die wird kommen, würde ich sagen, und die Idee ist jetzt, die Preise müssen auch der Wahrheit entsprechen, also den tatsächlichen Klimaschaden auch irgendwie widerspiegeln und nicht bloß so ein symbolischer Wert sein. Bin mal gespannt, auf was sie da kommen. Mir hat man ja schon meinen Flug nach Chile vorgerechnet, da hätte ich ja was, was ich ausgleichen müssen, also das, was man da scheinbar dann so zahlen kann, ist bei weitem nicht das, was eigentlich der Klimaschaden ist. Ja, also vermutlich wird man das gar nicht so bepreisen können, dass es klimaneutral das wirklich ausgleicht, das geht gar nicht. Ja, und einen Baum pflanzen, damit ist es ja noch nicht getan, der muss ja dann auch noch wachsen, ne? Ja, Pflege und Hege. Ja, es soll ein preisgünstiges iPhone geben, Apple ist ja auch in Diskussion. Teure iPhones, jedes Jahr ein neues, manchmal auch zwei, hat ihnen wohl nicht so gut getan. Die SE-Variante war wohl gar nicht so schlecht, also gerade für China und so weiter und Schwellenmärkte, will man jetzt nochmal den Absatz ankurbeln und irgendwie im Frühjahr 2020 mal ein günstigeres iPhone nochmal auf den Markt bringen. Ja, ich laufe mit einem 6S rum, ja, weil mir die anderen einfach zu teuer sind. Ich kaufe immer erst die danach, wenn man bedenkt, ein iPhone X ist gerade in und ich habe ein 6S. Demnächst kann ich keine Updates mehr machen. Ja, das ist ja eigentlich der Taycan. Ne, also das ist jetzt hier bei mir im Tech-Boden war dann natürlich auch Thema hier, der Taycan ist jetzt präsentiert worden. Es sieht irgendwie alles, das sieht irgendwie nach Tesla aus hier, ne, so ein bisschen, also das hatte man ja in den Stores damals da auch immer so. Und dann hat man, also ich habe das nicht live angeguckt, ein Glück, weil ich glaube so gefühlte zwei Drittel des Videos und der war glaube ich 45 Minuten, die das Ganze lief. Also über eine halbe Stunde war irgendwie was ganz anderes und dann haben sie kurz das Auto gezeigt und dann fiel auch der Ton aus übrigens und dann war es zu Ende irgendwie. Ja gut, man hat jetzt einiges hier gesehen von dem Auto und so weiter, aber und dann fiel es so, also man kann auf einem Flugzeugträger beschleunigen, ohne hinten runter zu fahren, fallen, man kann auf einer Rundkursstrecke mit sehr hohen Geschwindigkeiten 24 Stunden fahren, man kann super schnell laden, wenn die Ladesäule das hergibt, noch nicht das, was man eigentlich wollte, glaube ich, das ist noch ein bisschen mehr, 800 Volt Technik ist natürlich was. Ja und das Auto fährt, beschleunigt tatsächlich schneller als ein 911er und ist auch besser als ein 911er und ist die Zukunft und demnächst werden alle Porsches elektrifiziert. No, no, das haben sie nicht gesagt. Wenn man die Zahlen auch ein bisschen vergleicht, der Porsche ist nicht unbedingt gleichauf mit den Topmodellen von Tesla und ist auch nicht unbedingt gleichauf mit ihren Verbrennermodellen. Ja, der Porsche Taycan ist durchaus etwas limitiert in der ganzen Geschichte, weil sonst würde ja das tatsächlich bedeuten, dass man sofort alles auf Elektro umstellen müsste. Gerade für diesen Rennsport, also Rennsportstrecke sind sie in Nürburgring, sind sie auch gefahren. Ist eigentlich so ein Auto ja prädestiniert, ne? Aber nein, nein, nein. Wenigstens haben sie keinen Sound eingebaut. Porsche ist Kult. Mythos. Der Porsche hat nämlich eine Seele. Jo. Google straft es halt nochmal eine Strafe, weil sie in YouTube irgendwas da nicht richtig gemacht haben. Illegale Daten von Kindern zur Anzeige von Werbung gesammelt. Aha, darf man auch nicht. Die zahlen mal schnell, bevor es in Diskussion kommt. So. Das da, der Larry, das ist der obere Aufseher vom VW-Konzern in den USA. Er hat in den USA keinen neuen Regelverstößen aufgedeckt, aber er sagt, ich habe nicht gesagt, dass alles in Ordnung ist. VW ist dort weiterhin auf Bewährung. Du musst dich daran denken, wo ich jetzt gehört habe, dass scheinbar wieder eine Schummelsoftware, also das Update auch eine Schummelsoftware ist. Kann das jemand bestätigen? Ist das schon bestätigt, dass es nur in einem gewissen Temperaturbereich wirklich richtig die Autos funktionieren, die Diesel, die nachgerüsteten, Software geupdateten Diesel von VW? Das wäre der Skandal ohne Ende. Das heißt ja eigentlich Zerschlagen des Konzerns, Auflösen, Mitarbeiter entlassen, oder? Also irgendwann muss ja mal Schluss sein. Kann ja nicht sein. Nein, nein, nein. Unternehmen wird ja gerade umgebaut. Und ist sicher auch wieder jemand zuständig gewesen, der inzwischen gar nicht mehr im Vorstand ist. Und der Vorstand weiß von nichts und so weiter. Ja, der Taikan sieht so aus. Das war eigentlich die Meldung von der Woche davor. Ja, innen sieht er tatsächlich so aus. Und sie haben es auch noch mal ein bisschen gezeigt. Ich habe mir das auch angeguckt und es sieht tatsächlich so aus hier. So, also irgendwie, ja, so sieht es halt aus. Und das sieht auch so aus, okay. Und irgendwie, ich weiß nicht. Also es sieht zwar irgendwie cool aus. Ich sage ja gar nichts. Aber es ist nicht so, dass man das hätte die ganze Zeit verstecken müssen. Nein. Weil hier, wo mir das die Kollegen ja da getroffen haben, in Ulm Seligweiler, verlinke ich nochmal mein Video, zufälligerweise. Nee, also ich glaube nicht, dass man das Auto hätte verstecken müssen die ganze Zeit. Man hätte das ungetan rumfahren lassen können und auch immer zeigen können. Das ist jetzt nicht so sensationell, außer das hier oben, diese Uhr hier. Die ist schon cool, ja. Nee, ich sage jetzt gar nichts, aber ich kann jetzt da drin nichts finden, was irgendwie, es ist ein Porsche geworden. Es ist ein Porsche geworden. Vielleicht ist das auch der Foto. Es ist ein Porsche geworden, ja. Mal schauen, ob ich jetzt zu meinem Porsche-Händler gehen kann und dort eine Probefahrt machen kann. Bei Audi kann man das. Den e-tron kann man Probefahren. Den EQC kann man auch Probefahren. Weiß ich nicht. Muss ich mal fragen. Wir machen erst mal Werbung. Heute auch mal früher. Ja. Gut, dir nochmal die Aktienkurse. Jetzt letztes Mal, wo ich da war, das ist vor zwei Wochen, war es ja so ein bisschen auf einer Egalisierung. Hat sich auch so auf einer Egalisierung gehalten. Etwas, ja, dasselbe Niveau so ungefähr. Zwischen ist es mal kurz runtergegangen. Es ist ein Auf und Ab des Kurses. Also, Bob, damit kann ich nichts anfangen irgendwie. Man sieht jetzt nicht da irgendeinen großartigen Trend. Ich habe auch nicht hingeschrieben, dass jetzt irgendwie hier die Diskussion um den Service, das da gebracht hat, das ist eigentlich nicht eindeutig. Also, wir bleiben auf einer gewissen Linie, die leider immer zu den Vergleichszahlen dann doch eher mehr im Minus ist als im Plus. Ja, das hat jetzt leider hier, dieser Trend hat sich nicht fortgesetzt. Tesla hat auch, glaube ich, gerade nichts im Petto, was das beschleunigen würde. Außer die neue Versionsupdate mit vollautonomen Fahren bis Ende des Jahres vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat hier auf das Markt geschehen. Glaube ich nicht. Börsenspiel hatten wir ja wieder ein bisschen Gewinn. 3.700. Und das hat sich auch gefestigt, jetzt zwei Wochen später, auf 8.000. Und an wem liegt es denn hier unten so? Ganz sicher nicht am Tesla. Der war hier bei Minus 4,9, ist jetzt bei Minus immer noch 4,9. Das ist eigentlich kein Unterschied. Und ja, eine leichte Veränderung nur, sehe ich gerade hier auch mal. Wer hat es denn eigentlich? Nvidia ist auf dem gleichen Stand. Hat es der Volkswagen gerissen? Ja, der Volkswagen hat es uns. Guckt mal hier, der Volkswagen ein bisschen. Und unser Wirecard ist gut gekommen, sehe ich gerade. Wirecard kommt wieder zurück. Noch nicht auf altes Niveau. Da fehlt noch ein bisschen. Aber immerhin gekommen. Und Nvidia war ja eh Geheimtipp dieses Jahr. Wobei ich immer noch sage, wir hätten hier verkaufen müssen. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen spielen, indem ich auch was verkaufe. Bin irgendwie nicht dazu gekommen. Schade. Ja, Porsche hat es schon gesagt. Kult und Tesla hat halt Fans. Und wenn die Fans von der Marke abdriften und nicht mehr Werbung machen, wird es schwierig für euch. Ich bin in zwei Wochen im Service Center. Mal schauen. Meine Fans halten noch ein bisschen zu mir, obwohl ich hier Patreons verloren habe. Jung, was ist denn los, Leute? Ja, ich habe zu wenig Inhalt, schlechten Inhalt. Ich verspreche euch, es wird wieder was anderes geben, als nur immer Teslas. Ich habe auf jeden Fall einen Termin für einen e-tron, weil die gibt es schon. Ich versuche halt das auch zu kriegen, was tatsächlich am Markt dann verfügbar ist und nicht irgendwelche seltsamen Prototypen und so weiter. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bleibt dem Kanal treu. Und vielen Dank für alle, die mich unterstützen weiterhin und unterstützt haben schon. Coole Geschichte. Vielen Dank. Model 3. Ja, haben wir hier irgendwas? Nein, wir bleiben auf Niveau. Keinen neuen Fins gezogen. Aber es läuft natürlich komplett weiter. Es ist aber nicht so, dass jetzt hier gerade wie hier so eine Welle kommt. Es kam hier eine Welle. Im Moment läuft es halt so weiter. Es gibt ja jetzt auch nichts Weltbewegendes gerade zu vermelden. Keine Preissenkungen, Erhöhungen, keine neuen Features oder irgendwas. Ja, bleibt so auf Niveau. Es wird weiter ausgeliefert. Ich hoffe, die Qualität stimmt. Die nächsten Dinge sind auf jeden Fall Horb. Horb ab morgen oder heute, je nachdem, wann ihr das anguckt. Freitag, dem 6. bis Sonntag, dem 8. Ja, einfach kommen, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt. In Horb ist an sich was los und wir sind erst auf dieser Wiese hier. Also am Freitag geht es los mit einer Eröffnung, mit einem Spatenstich in Empfingen von einem neuen Ladepark. Also nur Spatenstich, da kann man noch nicht laden. Ab 16 Uhr und dann am Samstag stehen wir hier auf der Ausstellungswiese, auf der Turnierwiese, wie das so schön heißt. Da werden nämlich die Ritterspiele ausgetragen und dann sind wir am, da ist das Stadtfest und dann sind wir am Sonntag da auf dem Marktplatz, der ist da drüben auch irgendwo, da bleibe ich noch ein Stück weiter und dann gibt es hier noch Vorträge und die werde ich moderieren im Café Kipp. Ab 12.30 Uhr nach dem Mittag, so geht es dann los mit verschiedensten Sachen. Bekannte Leute auch dabei hier, Oliver Krüger, Jerome und Jana machen eine Aufzeichnung von ihrem Podcast, immer alles in halben Stunden, beziehungsweise hier ist mal länger, genau, da ist es eine Stunde. Dirk Henningsen kommt, ist auch da und hier von Motorräder, E-Motorräder hören wir auch mal was und ich bin eventuell am Schluss auch noch dran. Ja, vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin auch so ein bisschen als Puffer drin, wenn das alles sich verzögert, was ich ja eigentlich erwarte, dann werde ich meinen Punkt da streichen. Wäre natürlich schön, ihr würdet was zu dem Bricken, dem gebrickten Model 3 vom Peter hören. Leider, ja, soll ich euch was verraten, es ist auf jeden Fall bei Tesla angekommen und Peter hat auch ein Ersatzfahrzeug. Ah, ich würde ja gern mit ihm da drüber nochmal einen kleinen Talk machen und wenn wir es schaffen, machen wir das dort in Horb. Ja, nochmal die Zusammenfassung und ja, ganz vergessen hier, E-Cannonball bringe ich heute nichts, kommt auch beim nächsten Mal die Meldung, Treffen in Horb hier, Elektromobilitätforum nochmal alles drin, auch alle anderen Sachen, die es da gibt und ja, IAA, IAA ist dann nämlich auch nächste Woche, Leute, da. Was ist die Erwartung in Frankfurt? Ich will mir beiden angucken, also das Ding will ich auf jeden Fall mal angucken, der ist diesen da, ich will mir bei Mercedes angucken, ob der EQA oder EQB oder irgendwas kommt, wann die kommen, was die kosten, hoffentlich haben sie die da. Das ist BMW, da erwarte ich eigentlich nicht viel, dass sie was bringen, ihre Plug-in-Hybriden sind halt da, Poolstar 2 von Volvo, Audi natürlich, was sind jetzt die günstigen Modelle, wo sind da die Unterschiede, wäre mal die Sache, dann natürlich hier von PSA, also Peugeot und auch von Opel, was da so kommt, in kleineren Fahrzeugen und klar, das wird meiner Meinung nach der Star sein, der ID.3, die First Edition ist komplett ausverkauft scheinbar, von den Vorreservierungen, das wird das Auto, mal schauen, was da, wie es wirklich jetzt live aussieht, auch innen, wie die Preise vor allem sind, wie dann die Kapazitäten sind, vom Akku, Laderaden und ob das aktuell ist und natürlich der heimliche Star auf der Messe wird ganz klar das Model Y sein. No. Es wird kein Model Y geben. Nein. Tesla ist überhaupt nicht da, das stimmt gar nicht, die haben nur ein Auto gestellt, wo man so ein bisschen rumfahren kann. Ja. Ich bin am zweiten Pressetag übrigens da, das ist dann der Mittwoch. Genau. Ich will mich eigentlich mit dem Dennis Wittuster treffen, Tesla Markus hat leider abgesagt. Ja. Das ist das. Und dann bin ich schon am Ende jetzt hier meiner Kurznews, aber ich habe die Woche noch was gesehen, YouTube Star. Und das muss ich euch echt zeigen, paar Ausschnitte und guckt es euch dann live an, das ist nämlich hier der Fockmocker. Der hat ein sowas von cooles Video gemacht über das E. What ist das E? Viele fragen mich. Du weißt doch sicherlich und unveränderlich, was ist E? Genau. Uns den Lärm ersparen. Was denn? Ja. Ne, ich filme gerade. Also schaut es euch an auf seinem Kanal, ich verlinke es auf jeden Fall. Ja. Mit dem I du wirst dir nicht bevorstehen können. Zur Tankerin. So, jetzt ist Schluss. Danke, jetzt ist Schluss und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist Schreck. Ja, das ist Schreck. Ja, das ist Schreck.